Als junger Mensch denkt man noch nicht an die Rente, das ist normal. Aber irgendwann werden auch jüngere Menschen älter. Deshalb ist es gut, wenn man sich informiert. Die Älteren sind sowieso informiert. Dann erlebt man, dass in Deutschland die Rente viel schlechter ist als in anderen Ländern. In Österreich beispielsweise hat ein Durchschnittsrentner 800 Euro im Monat mehr als in Deutschland. Wenn man das sagt, glauben das einem viele Menschen nicht. Aber es ist die Wahrheit. Und deshalb können wir in Deutschland nicht bei der jetzigen Rentenformel bleiben. Die anderen Parteien haben die Renten in den letzten Jahren immer wieder gekürzt. Und dennoch sind viele Menschen scheinbar mit dieser Entwicklung zufrieden. Wir meinen aber, das muss sich ändern. Wir brauchen in Deutschland eine ähnliche Rentengesetzgebung wie in Österreich. Was Österreich sich leisten kann, das können auch die Deutschen sich leisten. Also lasst uns die Rentenformel ändern, dass jeder Durchschnittsrentner in Deutschland in Zukunft auch 800 Euro im Monat mehr hat. Das geht aber nur, wenn die Linke stark wird. Denn die anderen Parteien haben die Renten immer wieder gekürzt. Das geht aber auch nicht. Bis gleich. develop das ist wichtig. Du können hörst dich in der Litumen hoch und in der Litumen hoch und in der Litumen hoch Mediterranean. Will Brian Hartmann